Du hältst jetzt komplett dein Maul. Once again back is the incredible. J. Jiggy am Start, my lovely friendos. Ich hab drei Informationen für euch. Info Nummer 1. Mein Sohn hat mir ein Buch ins Gesicht geschmissen. Vorgestern. Aus Versehen. Und ich glaub man sieht es. Er hat sich sofort entschuldigt. Alles gut. Info Nummer 2. Ich hab mir gestern Abend mein Bart selber rasiert. Und hab mies reingeschissen. Info Nummer 3. Ich mach Urlaub. Vom 26. Bis zum 5.8. Mach ich Urlaub mit Frau und Kind. Dein Kind da weg. Und ja es kommen hier auf YouTube auf jeden Fall ein paar Videos. Miete ist natürlich am Ackern wie ein Maulesel. Spaß. Hier werden schon noch Videos kommen. Ich weiß nicht ob wir jeden Tag abgedeckt bekommen. Aber wir kriegen das glaube ich schon hin. dass so die meisten Tage von den 10 Tagen hier ein Upload kommt. Auf Twitch bin ich natürlich jetzt nicht. Ich brauch auch mal die Auszeit so und kurz einen Reality Check machen. Ist immer mal wieder Zeit so. Ja und das gönne ich mir und meiner Familie. Nur dass ihr Bescheid wisst. Ich komme am 5.8. wieder. Ich glaube das ist ein Samstag. Ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich auch am 4. wieder. Auf jeden Fall werde ich den Mittwoch danach das müsste der 8. oder 9. sein. Keine Ahnung man. Und ja da komme ich live auf Twitch und spätestens dann sehen wir uns live wieder. Okay. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich küsse eure Herzen. Muchos Lobos my lovely Vrendos.